Hi Leute, ich wollte dich heute ganz herzlich nochmal zum Happy Life Kurs einladen. Der Happy Life Kurs ist jetzt in die zweite Runde gegangen, das heißt jetzt ist gerade der zweite Start jetzt am Montag und die Anmeldung ging eigentlich bis Freitag, bis gestern, aber jetzt habe ich es gestern nochmal verlängert, also ihr könnt euch heute und morgen noch anmelden und am Montag geht es dann los, also morgen bis 23 Uhr könnt ihr euch noch anmelden und da sind eben diesmal vier Live Q&As dabei, wo ihr wirklich all eure Fragen praktisch an mich loswerden könnt. Ihr habt viermal die Möglichkeit, mindestens ein, zwei Stunden und da wirklich euer Feedback mitzubekommen, euch da wirklich individuell dann weiterzuentwickeln. Den Kurs findet ihr darunter verlinkt, einfach klicken. Genau. Und für jeden, das habe ich gestern auch schon angekündigt, als kleines Geschenk, auch zu den 4000 Abonnenten jetzt als kleines Dankeschön. Wenn ihr euch zu zweit anmeldet, bekommt ihr 40% Gutschein. Schreibt mir einfach eine Mail an info.roletics.com und dann schicke ich euch einfach eine E-Mail mit dem Gutschein-Code zu und dann kriegt ihr beide 40% Rabatt. Ja, und das war's auch, wollte ich euch nur mitteilen. Ansonsten wünsche ich euch dann viel Spaß im Kurs und freue mich auch auf eure Fragen. Ansonsten macht's gut, Leute und schönen Tag euch noch. Ciao.